Wird Borussia Mönchengladbach ein potenzielles Transferziel verpassen? Während die Borussia-Profis auf dem Trainingsgelände am Tegernsee schwitzen, suchen die Fohlenverantwortlichen unter der Leitung von Sportdirektor Roland Wirkus weiterhin nach Verstärkungen und beobachten den Transfermarkt genau. Bei Borussia Mönchengladbach ist es derzeit ruhig in Sachen Transfer. Zuletzt betonte Trainer Gerardo Seuane nach dem Sieg der Mannschaft im Freundschaftsspiel gegen Fortuna Sittat, dass er mit dem aktuellen Kader zufrieden sei. Obwohl Gerüchte über Verstärkungen in der Defensive zunehmen, gehört der am meisten diskutierte Name in letzter Zeit zum Offensivbereich, Cameron Purtas von Union Sengilvase. Cameron Purtas ist ein Schweizer offensiver Mittelfeldspieler mit spanischen Wurzeln, der eine beeindruckende Saison beim belgischen Verein Union Sengilvase hatte und in 56 Pflichtspielen 37 Punkte erzielte. Die belgischen Medien haben Purtas bereits mehrfach mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht, was den Fohlen gute Chancen im Kampf um den 25-Jährigen einräumt. Allerdings scheint Purtas andere Pläne zu haben. Laut der Schweizer Zeitung Blick würde Purtas lieber zu einem Klub mit Champions-League-Ambitionen wechseln oder alternativ ein finanziell vorteilhaftes Angebot aus Saudi-Arabien annehmen. Obwohl Fohls als interessiert aufgeführt ist, scheinen die Chancen, sich seine Unterschrift zu sichern, gering. Bei einem Marktwert von 15 Millionen Euro, so das Portal Transfermarkt, wäre Purtas Transfer für Borussia Mönchengladbach nur mit einem großen Offensivverkauf realisierbar. Allerdings haben sich die Gerüchte über einen Wechsel von Robin Hack zum Rivalen VfB Stuttgart in letzter Zeit abgekühlt, da die Schwaben die Flügelspieler Silas und Chris Führig für einen Verbleib verpflichtet haben. Auch Gerardo Seuane schloss eine mögliche wesentliche Veränderung im Offensivbereich aus und betonte, dass etwaige Transfereinnahmen vorzugsweise in die Verteidigung investiert würden. Da sich Purtas auf Ziele konzentriert, die den Niederrhein nicht mit einbeziehen, scheint die Wahrscheinlichkeit eines Wechsels nach Gladbach stark verringert zu sein. Und du, Fenn? Was halten Sie von möglichen Neuverpflichtungen von Borussia Mönchengladbach? Wäre Cameron Purtas eine gute Ergänzung für die Fohlen oder sollten wir uns auf andere Ziele konzentrieren? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.